Moin, willkommen zurück zu Super Mario. Wieso habe ich den Level nicht geschafft? Achso, da war ich noch gar nicht. Hü, geht auch. Moin. Na? Wat läuft? Didi 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 didi. Das interessiert mich überhaupt nicht mit der Münze, ne? Hast gemerkt? Münzen ist nicht so meins. Ich mache nicht so gerne Plus. Außer bei Mega Man. Wow! Ja, beweg dich halt noch ein bisschen heftiger. Voll Laser, wie du abgehst. Ah, da, da muss ich hin. Und jetzt hoffentlich nicht von dem, ne? Genau. Ihr wisst genau, worüber ich rede hier. Ja, den Raum hatten wir noch. Der war auch wichtig. Den musste man unbedingt... Ich finde übrigens die Kombination Hammerbruder und Wasser unten sehr schwierig. Also nicht schwierig im Sinne von ist nicht gut, sondern ist halt eine Herausforderung, ne? Ich finde die Kombination Hammerbruder und Maddy übrigens auch sehr schwierig. Du bist ein Arschgeige. Du bist ein Arschgeige, ey. Nein! Hier ist was los. Schön gemacht, Maddy. Schön. 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 Mal wieder richtig schön. Oh! Oh! Hier ist gefährlich. Ah! Gefährlich. Gefährlich. Okay, jetzt lass mich einmal, 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 einmal hier unbeschadet... Boah! Diese Frequenz. Frequenter. Das ist nicht gut. Zahlreich. Oft. Häufig. Am Arsch! Hier ist Exit. Gib mir, gib mir Exit. Gib mir hier jetzt Exit. Ja! Exit! Oh, ja! Jedermann möchte ein Exit haben. Ja, hier ist unsers. Tada! World plus 1, 4! Gib mir deine Leber! Boah! Die haben sich ja richtig ausgetoben, ne? Was geht los da rein? Moin! Moin! Wow! Und... Damit er sich nicht wieder akklimatisiert, der Freund hier... Oh! Na gut. So geht's auch. Jetzt nicht nervös werden, Maddy. Kann man den eigentlich erledigen? Ich hab doch einen Spin Jump gemacht! Hast du ihn gemerkt? Ja, nee. Hast du nämlich nicht. Aber das Level Design ist ganz cool. So, den wegwerfen, damit das nicht, nicht zu menschlichen Schäden führt hier. Und weiter geht's. Das war doch erquickend. Machbar. Nicht so schwierig. Ist okay. Okay. Fortress. World plus. Fortress. Nochmal. Danke. Jetzt. Ich finde, die Donkey Kong Spiele, die sind ultra schwierig. Alle. Obwohl das Donkey Kong Country, das ging noch. Aber alle anderen. gab's mindestens eine Szene, wo ich wirklich dachte... Oh, ja. War ich hier schon? Warum bin ich denn da lang? Für einen Schlüssel? Was für einen Schlüssel? Und jetzt sag nicht für einen Heizungsketter. Und jetzt. Ach. Nee. Okay. Jetzt komm her. Danke. Wo ist denn der Schlüssel? Mir wohnt ein Schlüssel. Geil. So wünscht man sich das doch. Was geht los da rein? Ich save mich durch. Und ich hab noch nicht mal Reue. Die kann ich gar nicht von unten betätigen, ne? Ne? Gibt nichts Schöneres, als diesen Blödsinn zweimal machen zu müssen. Oh. Und da geht er, der Peter. Also das machen wir noch mal. Harter Tobak hier. Harter Tobak. Das war cool. Ach, schön hier, ne? Einfach mal Neugierde bestrafen. Das ist auch schön. Das macht Spaß. Und hier sterben. Und hier sterben. In the death. Nee, warte, warte, warte. Ich kann das. Das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Oh, hier sind ein bisschen viele Flammen, ne? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich die Feder gleich noch mal für irgendwas brauche. Ohne Feder wäre das ja auch gemein. Äh? Nee. Ich kann keine Feder durch so ein Ding mitnehmen. Ah, siehste mal. Jetzt hab ich nämlich eine. und kann theoretisch hier weiter arbeiten. Und ab geht's. Na gut. Dann spielen wir das halt so. Eins. Zwei. Drei. Und es ist noch nicht vorbei. Ohne Cape wäre das jetzt sehr unangenehm gewesen. Moin. Ich hab schon mal gesagt, dass ich dich nicht mag. Da hattest du zwar einen anderen Skin, aber das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Nicht mögen heißt nicht mögen. Moin. Der ist auch so ein bisschen doof, ne? Ja. Randalier halt. Ich kenne auch nicht alle seine Phasen. Ah, so geht's aber ganz gut. Ah, so geht's aber ganz gut. So ist's auch hier. Das ist mein Modus Operandi hier. Modus, nicht Modus. Oh, Mensch. Ja, gerade wegen sowas. Junger Mann. Beherrschen Sie sich. Beherrschen Sie sich. Beherrschen Sie sich. Beherrschen Sie sich. Ich rede jetzt erstmal nicht. Ich muss jetzt hier arbeiten. Mann. Alleine kannst du halt nix, ne? Das ist wie so ein Schläger an der U-Bahn. Die sind doch auch immer zu zehnt. Und dann fühlen sie sich heftig. Boing. Ja. 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 Ich sag's immer wieder. Diese Kastenbosse. Die sind meistens nicht ausgereift. Okay. Ach, wo sind wir denn jetzt wohl gelandet? Hätte ich ja nicht ahnen können. Okay, weiter geht's. Den Level kenne ich. Den habe ich mit Bruga hundertmal gemacht. Mindestens. Obwohl, das hier ist anders. Obwohl, ne, warte. Das ist gar nicht. Und mit Cape ist sowieso alles anders. Alles wird anders. Alles wird anders dieses Mal. Alles wird anders. So. Nee. Nee. Ach, das geht ja nicht von unten durch. Das ist ja scheiße. Das ist ja scheiße. Nochmal. Aber es ging bis dahin. Das war doch gut. Und ich kann nicht... Wisst ihr noch, wie wir da einmal hochgeflogen sind? Weil wir dachten, wir hätten's. Ja, wir hatten's auch. Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. 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 Der wirft immer zweimal. Das wusste ich. Das wusste ich. Die sind auch immer so impetinent, ne? Die Boys. Die kennen auch keine Gnade. Genauso wie ich keine Gnade kenne bei sowas. Geht's da rein? Oh. Ich werde angesaugt. Hm. 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 Okay. 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 I can do this. Bang! Heh. Heh. Ich fühl mich stark. Und ich geh da nicht rauf. Das ist nur gefährlich da oben. Oder warte, warte. Sollen wir es doch versuchen? Weg. Yay. Das sag ich doch. Das ist ja gleich die jüdische Volksfreund. Guck mal, der hat hier ganz viel Munition. Ja, da könnte ich ja theoretisch. Ja, komm. Her, damit. Gib mir das ganz viel Geld hier. Geld. Hier, den gibt's. Und zwar richtig. Ah, ich hätte gedacht, das passt noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Okay, Kinder. Ich finde, das reicht für heute. Ich bin auch durch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.